Und nach der Unterbrechung weiter geht's mit der nächsten Quest-Mission, Green Goo. Man, ich habe versucht, aber ich kann nicht fliehen. Du besser es tun. Lass auf dem Busch, töten die Regier, rein und holen die Sachen. Oh, ja? Was? Ich weiß noch nicht. Green Goo! Ich weiß noch nicht. Ich habe angefangen zu denken, dass du ein Lohnart ist. Was bedeutet, dass du noch nicht wissen? Du wirst die Antwort aufhören. Schau, fliege das Jetpack, lande auf dem Trenn und stehle, was sie wenigstens wollen. Puh! Hör! Sie kommen! Wir sollten besser gehen. Peace auf der Erde, Mann! Ich habe festgestellt, wenn man so schubweise Gas gibt, war zumindest vorhin so, dass man da deutlich schneller unterwegs ist. Oh, Las Venturas! Welcome to... Ne, warte, wie ging das Lied? Viva! Las Venturas! Viva! Las Venturas! Viva! Las... Viva! Las Venturas! Und das ist ähnlich. Wie die ganzen Sänger. Ich kenne ein Lied, das geht ungefähr so. Das ist... Und das klingt dann ungefähr so. Ei, ei, ei... Ich glaube, ich... Alter, muss ich wirklich... Flug bei... Schuss... Ei, Dios mio! Komm, komm, komm! Puh! Okay. Die muss ich jetzt nicht zerstören, oder wie? Hä? Wieso komme ich nicht hoch? Hallo? Ich sehe dich! Ich kann nicht auf den Tank stehen. Lol! Würde der mir geben? Okay. Oh shit! Tunnel! Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Alter! Alter! Da sind viel zu viele... Alter! Habe ich ein Zeitlimit? Alter! Flieg bei! Drive bei mit dem Jetpack! Wie auch immer man das nennen soll! Oh, da... Flieg bei! Okay... Screw you! Du sagst es mal nicht. Da ist wieder nix. Natürlich ist es der Erste. Jetzt rauf! Jetzt habe ich mir noch ne... Schutzweste geholt. Okay. Komm! Oh! Lande! Hier! So! Bitte! Komm! Ach! Das ist ein Hälter, München! Ach, das war's! Okay! Ich habe den grünen Glibber zwar nicht gesehen, aber... South Park, the stick of truth! Dexter in der Glibber! Oh Gott! Sie wollen uns alle in Nazi-Zombies verwandeln! Ja, verfolgt mich jetzt ruhig, Polizisten! Ihr kriegt mich niemals! Niemals werdet ihr mich kriegen! Niemals! Habt ihr gehört! Oh, das ist jetzt natürlich ein etwas... Ne, stimmt gar nicht! Ist das schon unser Flugplatz? Das sieht so aus wie unser Flugplatz! Das ist unser Flug... Oh, Bullen! Oh, oh, oh! Ob ich mit dem zum Painspray kann? Außergezeichnet! Ich habe etwas! Lasst mich sehen! Oh, alles ist jetzt anders. Was ist das? Alles? Sie werden das... Jahre Zero! Ich werde dich in die Klinik. Warte! Was ist das? Was ist das? Ja, ich sehe dich. Ich bin hier drin! Leider kann man, ich weiß nicht wie man das Okay, man kann es leider nur Anhaben oder nicht anhaben Man kann es aber nicht mitnehmen Schade 50 Dollar Hey Okay, dann hätte ich gesagt Nehmen wir uns eins von den Bikes Das hörste gleich Und Fahren nach Las Venturas Ich weiß nicht, ob es noch ein schnelleres Motorrad gibt Als das hier Aber egal Das bestimmt das hier Das ist schnell Auf jeden Okay, hier in der Nähe gab es Ammunation Wenn ich mich richtig erinnere Vorne Ja Dann müssten wir eigentlich schon praktisch Las Venturas sein Außer natürlich der Truth ruft uns jetzt an und will wieder Was? Klingelingeling Klingelingeling Mein Handy klingelt nicht Schutzweste Ja, ja, halt dein Maul Eigentlich müsste ich den mal abknallen Nein, ganz schlechte Idee Ganz schlechte Idee Ganz, ganz schlechte Idee Ich brauch nur neue Schutzweste Hat er dual Tech-Nines gehabt? Also Akimbo-Style In jeder Hand eine Tech-Nine Ich will es jetzt nicht nochmal versuchen Okay, Las Venturas Momentchen Was stand auf dem Schild da? Las Venturas Nach links Okay Ach komm Scheiße Verkehrsführung Hier Las Venturas Da sind wir Okay Seht Was soll ich eine Stadt Da ist ein Stadion Wo ist das Fort Dragons? Dirt Ring Ach, da kann man reinfahren 100% Airport Red Sands Nee Zum Airport will ich ja nicht Ich will doch bloß zum fucking Casino Oder der Flughafen ist jetzt aber nicht gerade klein Nee, das ist halt ein Flughafen Hier rum Perfekt Kann ich nicht lesen Aber Airport Ich brauch auf jeden Fall eine Hütte hier Was gibt's nicht hier? Snacktoys Das mit Souvenirs Achso, ich dachte, das wären Filme Oh, das sieht's Nee, das ist ein Hotel Ich will ja ein Casino Oh Chinatown Das sieht Okay Geh ins Fort Dragons Casino und trifft dich mit Woozie Hotel und Casino Ja Hab ich vor Da kann man speichern Das ist auch genial Disneyland Alter Junge Geil Hier, hier werde ich Uuuu Nee, der Wagen ist gar nicht so geil Ähm, Puckboy Könnten Sie beim Motorrad bitte Sachgerecht verstauen Hahaha For Dragons Casino Woosie Ich möchte zu Woozie Woosie 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 Fender Ketchup Idiot! Hallo? 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 Guck! Guck! Was der Wagen ist mit Ihnen, Leute? Boss CJ ist hier Karl Ich bin froh, dass Sie es hier können Ich bin froh, dass Sie es tun können Also, das ist das, was Sie haben? Ja Es ist ein totales Schmerz Du willst ein Kniemach Lassst. Verschleunst. 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 Die Mob verschleunst. Ja Die Corporations sind Sie Alle fühlen Ich habe Schleunst 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 Die Arbeit Werden Schleunst Werden Werden Das ist? Es gibt drei Die Mob Die 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 Ich hätte sogar umsonst gemacht für dich, Musi. Ach, Musi, ich mag dich. Ich hoffe, das wird harmonisch enden mit uns beiden. Das hört sich aber nicht italienisch an. Was für dich erst mal dagegen fahren, Junge. What the fuck? Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so geplant ist, aber ich find's witzig. Okay, ich drück jetzt weiter. Fahre auf der falschen Seite wird es, wenn der Fahre wird ihn zutiefst bunt vorhigen. Ich muss die Angst maximal machen, okay? Okay. Somebody, anybody, help! Hey, what are you doing? Okay. Oh, slow down, slow down, for God's sake! Nein. Oh, das ist zu schnell! Zu schnell! Oh, Mann, das ist zu schnell! Na, hast du genug? Hey, was, was are you doing? Hast du genug? Ups! Ups! Oh, my God! Oh, my God! Ups! Ich hab' mich getötet. Upsie! Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Tut mir leid. Ich kann mich nicht beherrschen. Oh man. Oh man. Oh man. Alter, hier wird's. Das wird uns gehen noch. Das wird uns gehen. Juh. Jetzt sind wir da. Was? Ne, noch ein zweiter. Okay. Ja, ja, ja. Ich darf hier parken, wo sie jetzt läuft. Ja, ja, ja. Ich darf hier noch nicht umziehen. Oh man, das ist zu schnell. Ne, mir gefällt's so. Oh, Sluta, Sluta, für Gott sei Dank. Bisschen Schlinger noch. Oh man, das ist zu schnell. Oh man, das ist zu Pfeil. Die Bremse war nicht. Upsi. Wachen Premse nicht. Hey, stopp das, das mapping ich mir noch mal. Nein, das war nicht die Bremse. Das war die Handbremse. Gleich. Und? Ups. Okay, zum Glück kann man da durch. Okay. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Hey, du denkst, du bist smart, aber du bist nicht. Du bist nicht. Somebody, anybody, hilf! Woohoo, woohoo, woohoo. Jesus, Jesus! What are you doing now? What are you doing now? I can't see you all too. Somebody, anybody, help you. The family will make you pay for this. Which family? The Zendako family, you idiot. That's all I wanted to hear. What? Oh, shit. Bring her wieder ins Casino. Okay. Wie ihr wünscht, Lucy. Okay, jetzt sollte ich ihn noch nicht umbringen, aus Versehen. Ist mir nicht so geschickt. Nicht hier sein. Okay, da. Okay, da ist der Badplatz. Arki doki. Oh, man. Oh, man. Nice. Okay. Erste Mission in der neuen Stadt. Wer geschafft? Ich mach ne Pause. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und nächstes Mal geht's weiter in Las Venturas. Bis dann. Ciao. No 안녕. No. No.